Hallo und herzlich willkommen zu FabCast, dem Flaschenblatt-Podcast. Wir sind's wieder, ein bisschen verspätet für euch, Benni und André. Moin, Leute. Moin, Moin. Ja, oder die Pro-Tour war am Start am Wochenende, ne? Das ist korrekt, ja. Genau. Deswegen sind wir auch ein bisschen verspätet dran, denn wir wollten für euch exklusiv von der Pro-Tour berichten. Also Benni hat davon super, super viel geguckt und auch sehr, sehr, sehr viel dazu vorbereitet. Ja, eigentlich kann man sagen, ich hab die eigentlich komplett geguckt. Ach, krass, ja. Tag 1 Stream, Tag 2 Stream, Top Cut. Ja, ich hab mal immer wieder reingucken können, aber, ja, Punkt. Mega Event. Ja. Gerade für uns Deutsche ziemlich gut gelaufen. Auf jeden Fall, ja. Warte mal, ich überlege gerade. Ja, zumindest, ja, wir können ja eigentlich ja schon mal honnan, honnan, honnan? Ach, honnan, ja, genau. Honnan, äh, genau. Ja, ich war gerade am überlegen, aber zu welchem Zeitpunkt wir das haben müssen. Also, auf jeden Fall erstmal Gratulationen hier an der Stelle direkt schon mal. Unser Thema heute Pro-Tour LA natürlich. Genau, ja. Und Maximilian Klein als, äh, deutscher, äh, zweitplatzierter hier an der Stelle extrem knappes Finale. Extrem. Ja. Und auch extrem gut gespielt und ich glaube, er ist so ein bisschen jetzt das Gesicht der deutschen Fabcast, äh, fällt nicht Fabcast an, äh, der deutschen Fab-Community, würde ich sagen. Ja, so international, äh, war es jetzt somit das Erfolgreichste, was wir so mitbekommen haben. Äh, Vietpam war, glaube ich, äh, genau, dann erstmal Platz 34 ist der Elias, äh, Karamanes, ähm, mit, äh, Levia. Ja. Habe ich mir auch ein paar Spiele von angeguckt, auch sehr geil. Äh, ist, äh, 9 zu X irgendwas gegangen, ähm, war zwischenzeitlich sehr weit oben. Er hat dann, glaube ich, beim Draft Day 2 1-2 gestartet, das zieht dann halt schon ein bisschen raus, äh, und wie die CC-Spiele jetzt, äh, Day 2, äh, gewesen sind, weiß ich jetzt auch nicht. Äh, aber da wird dann nicht mehr viel passiert sein nach dem 1-2-Draft, glaube ich. Äh, trotzdem, also Platz 34, äh, Bayer Pro Tour, ne, top. Äh, ein geiles Deck auch, sehr cool. Äh, und Vietpam auf Platz 36, bitte? Ich sag, Levia ist eh cool, von daher, ja. Ähm, also das zu unseren, also sind so die besten drei Deutschen, die ich jetzt, äh, auf die Schnelle über die Standings lokalisiert habe. Also Maximilian zu finden war jetzt relativ einfach. Äh, Elias hatte ich so ein bisschen gesucht, der ist mir, äh, dann ein bisschen Day 2, äh, habe ich den aus den Augen verloren. Also durch das Reporting und Streaming und, äh, dadurch, dass er ein paar Losers eben hatte. Ähm, kennt ja Freddy auch, Freddy war auch dabei. Freddy war jetzt, ja, äh, nicht so erfolgreich. Egal, brauchen wir nicht drauf eingehen. Ähm, ja, ich habe mit dem ein bisschen, äh, geschettet und so. Also Discord ist auch immer, sind auch immer sehr viele Leute aktiv, die Leute am Anfeuern und so. Ähm, ja, war sehr cool. Äh, da auch, äh, ein bisschen hin und her zu chatten mit den Leuten. Beziehungsweise das zu lesen. Ähm, also waren viele dabei, äh, die, äh, die da mitgefiebert haben bei der Pro Tour. Äh, so. Pro Tour. Also an der Stelle nochmal, äh, unsere herzlichsten Glückwünsche. Ja, auf jeden Fall. Und, äh, ich würde aber sagen, wir machen vorher noch ein, ein kleiner News, bevor wir direkt in die Pro Tour reingehen, oder? Ja, genau. Und da würde ich sagen, spielen wir erst mal den Jingle ab. Ah. Willkommen zu den Fabcast Nachrichten. Ja. Flesh and Blood News, also. Ähm, es gab bei der Pro... Richtig geil. Bitte? Richtig geil. Richtig geil? Ja, richtig geil. Es gab richtig geil, äh, es gab richtig geile News, ähm, bei dem Donnerstag von der Pro Tour ist ja wieder so Players Meeting, Q&A und so weiter. Äh, findet ihr ja auch auf der Internetseite Zusammenfassung zu und so weiter. Wir teilen sie euch jetzt so ein bisschen mit. Äh, äh, News zu Part The Mist Veil. Boah, geil. Also, der Trailer allein schon ist mega cool, ne, mit dieser verführerischen, äh, Dame. Ne, mit New, heißt die, glaube ich, New, oder New Alluring Desire. Mega cool. Also, drei neue Heroes, äh, wurden geleakt, äh, wovon ich natürlich einen, beziehungsweise eine besonders interessant finde. Ähm, genau. Ähm, genau. Aber erst mal zu den Randdaten. Es wird am 31. Mai in diesem Jahr released. Also, fünf Tage nach meinem Geburtstag. Ja, also, da ist genau nach Tokio, was da genau so abge... Also, ob das jetzt neu ist, weiß ich gar nicht, ne. Ich hab's, äh, einfach notiert, nochmal, um das nochmal zu benennen. Ähm, aber die erste Neuheit war, ist auf jeden Fall, äh, eine neue Ressource. Finde ich auch sehr geil integriert. Jo, total interessant. Also, ja, Ki, Chi, genau. Passt super geil. Und zwar ist das ein blaues Pitch-Symbol. Mhm. Ich denke mal, das wird, also, du wirst diese Ressource halt irgendwie durch irgendwelche Karten bekommen, oder es wird tatsächlich vielleicht auf irgendwelche Karten gedruckt sein, ne. Kann natürlich sein. Ja, also, da haben sie im Prinzip, also, es wird einfach wieder, es ist halt eine Ressource, ja, ja, haben wir jetzt gesagt, wie die genau, wo die herkommt, keine Ahnung. Fakt ist auf jeden Fall, dass alle drei neuen Heroes mit, ähm, das war deine Katze, glaube ich, ne. Ja, ja. Alle drei neuen Heroes eben mit Chi arbeiten, um sie, äh, um ihre aktive Hero-Ability, Once-Per-Turn-Effekt-Ability, äh, zu bezahlen. Ja. Dafür brauchst du dieses Chi, ähm, neues Talent. Alle drei Heroes sind mystisch, mystik. Ja. Und, äh, ja gut, wir sagen mal kurz die Klassen Ninja, Illusionist und Assassin. Ja. Mega cool. Du kannst ja gerne mal dann deine, ähm, hab ich was vergessen? Drei Heroes passt, neues Talent. Ja, das passt alles. Chi passt. Ja, dann fang doch einfach mal an, kurz deinen, äh, neuen Assassin-Hero oder die neue Assassin-Hero, äh, vorzustellen. Ja, also die werde ich auf jeden Fall, äh, in Angriff nehmen, sag ich mal. Das ist nämlich eine, eine, glaube ich, eine Geisha, ne. Also die verführt, äh, Reckinnen und Recken, so wie das in dem Video dargestellt ist. Und, äh, sie heißt, äh, sie heißt New, oder New, Alluring Desire. Und, äh, sie hat vier Intellekt, 40 Lebenspunkte. Und alle deine Attacks mit Stealth kriegen, ähm, wenn dieser Channing Resolve, werden alle Action-Karten, die das defendet, banished. Gemanished, also, was schon mal unglaublich gut ist, finde ich, ja. So, und als Instant zahlst du drei Key, äh, also drei von dieser neuen Ressource, und, äh, dann, äh, darfst du dir die oberste Karte des gegnerischen Decks anschauen. Wenn's blau ist, darfst du's banishen, und bis zum Ende des Zuges darfst du blaue Karten von diesem, von der Banished Zone des Heroes spielen, ohne die Pitchkosten zu bezahlen. So, und da ist ja schon ein Trick drin, ne? Auf jeden Fall. Weil es gilt nicht nur um die eine Karte, die du gerade gebanished hast, sondern allgemein bis zum Ende des Zuges kannst du alle blauen, äh, Karten in der Banished Zone dieses gegnerischen Heroes spielen, ja? Mhm. Ohne die Mana-Kosten, ohne die Ressourcenkosten zu bezahlen, ja? Ja, ziemlich cool. So, weil Stealth mailt ja die auch schon alle. Wenn der also mit einem blauen, mit einer blauen Action-Karte blockt, wird die gebanished, und wenn er irgendwann Chi instant benutzt, wird noch eine Karte gebanished, wenn ich jetzt vom, vom Top-Deck, ja? Genau, ja. Wenn die, äh, ne, beziehungsweise wenn, wenn die blau ist, wird die gebanished, ja? Darfst du die banishen, genau. Genau. Aber... Und dann hast du auf jeden Fall die blaue schon mal, die du bis zum Ende des Zuges ohne Kosten spielen kannst, aber alle anderen, die über Stealth oder sonst irgendwie im Banished liegen, also alle blauen Karten, die im Banished liegen, kannst du ohne Kosten, äh, zu bezahlen spielen. Ja, das ist mega cool. Sehr interessant. Finde ich auch, und das ist halt auch eine Instant-Fähigkeit, ne? Mhm. Darf man nicht vergessen. Ja, Enigma... Die ist ja auch ganz ansehnlich, die, äh, Dame. Was ist denn das denn jetzt? Ja. Kommen wir zu meiner. Jo, da bin ich mal gespannt, was du zu ihr sagst. Enigma Ledger of Ancestry, eine Mystic Illusionist Hero, Intellect 4, 40 Lebenspunkte, alles so in blau und samt und seidig gehalten. Sieht sehr cool aus, gefällt mir. Absolut, ja. Passive Fähigkeit, your first Spectral Shield attack each turn, also heute geht's richtig ab bei mir, cost one resource less to activate. Okay. Once per turn instant, auch hier, drei Chi, create a Spectral Shield Token with a plus one counter on it. Ja, Benni, da hab ich mich direkt gefragt, äh, wir haben uns ja noch gar nicht darüber enthalten, deswegen frage ich dich jetzt einfach mal, wie findest du das denn als Illusionist Spieler? Stellst du das stark ein, eher schwach ein, was ist da deine Meinung? Weiß ich noch nicht, aber das, was man hier sieht, ist wieder, äh, es geht in die Richtung mit, äh, Spektra-Schilden attacken. Also, das gefindet, äh, gefindet, alter. Das gefällt dir viel, äh, das gefällt mir als, äh, Oldschool-PRISM-Spieler auf jeden Fall sehr gut, äh, weil das so in Richtung Old Prism geht. Ja. Ähm, vielleicht wird's eine blaulastige, äh, Illusionist, rot, gelb haben wir ja schon, vielleicht wird's jetzt eine blaulastige, äh, Illusionist, die über das Spektralschild offensichtlich, äh, gezockt wird. Und dann wahrscheinlich auch sehr controllig, ne? Ey, keine Ahnung, kannst du ja so nicht sagen, du kannst ja auch mit ganz vielen Schilden ganz schnell viel, äh, das stimmt, mächtig, mächtig, baller, boom, ne? Von daher sieht's erstmal sehr gut aus, gefällt mir sehr gut, bin gespannt. Ja. Dann haben wir als letztes im Bunde Zen Tamer of Purpose, äh, das ist ein Mystic Ninja Hero, der vier Intellekt hat, 40 Lebenspunkte hat und einmal pro Zug wieder Instant, kostet drei Qi oder Qi und du darfst, kriegst einen Crouching Tiger in deiner Hand und du darfst dein Deck für eine Karte, nach einer Karte mit Kombo durchsuchen, diese Banishen dann shufflen und diese Karte darfst du dann in diesem Zug spielen. Tiger Swipe. Ja, richtig. Tiger Swipe, äh, was hab ich gesagt? Äh, ähm, find ich cool, aber ich kann das halt auch noch gar nicht einschätzen, wie wahrscheinlich das ist, dass man so eine Fähigkeit hat. Also, was mich, was mich stört, das Einzige, was mich daran stört, ist, guckt mal Leute, wir haben euch so viele Tiger-Kombo-Karten und Tiger-Karten, äh, geprintet, ihr benutzt sie nicht, weil sie nicht stark genug waren, jetzt bekommt ihr noch einen Tiger-Ninja, äh, der eine wichtige Fähigkeit hat, die dann die anderen Tiger-Karten spielbar macht. Spielbar cool. Klar, ähm, das ist aber, was mich, was mich, was stört mich daran, dass... vielleicht etwas schlechter, äh, nicht hundertprozentig gut designt wurde, neue Tiger-Kombo-Lines, äh, sodass, ähm, ein Hero gebracht werden muss mit einer Schuko, also Crouching-Tiger, äh, Ability, ja, um das so ein bisschen zu fixen, dieses Defizit, das finde ich nicht so cool. Ja, kann ich verstehen. Du meinst als Design-Schwäche, ja, ja, klar. Ja, 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 irgendwie zu sagen, so, okay, Crouching-Tiger hat nicht so gut funktioniert, wie wir es vorhatten, jetzt schmeißen wir halt ein Hero raus und machen eine Rähne, also für mich erstmal, ob wir jetzt starke Fähigkeit... Aber zumindest lassen sie es nicht links liegen. Zumindest sagen sie... Das finde ich auch wieder ungut. ...we can fix this. Aber du siehst auch, dass das hier scheinbar eine sehr starke Fähigkeit ist, woran siehst du es, weil er nur eine aktive Fähigkeit hat. Genau, keine Passive. Ja, ne, um da nochmal gut bei, bei, äh, ja, ne, ist halt, ist, ne, deswegen sieht man, okay, da ist so ein bisschen Balance-Faktor dran, so, aber das sind die drei Heroes... Genau, das Problem ist, wir wissen halt nicht, wie wahrscheinlich das ist, dass man halt drei Keys zusammenkriegt, ne, ob man das irgendwie jede Runde kriegt, oder ob man das einmal in 10-Zügen kriegt, oder einmal pro Spiel... Ey, so geil, am Start deines Zuges bekommst du immer drei Key. Okay. Ich benutze drei Key. Also, so wird es definitiv nicht sein. Ich vermute, dass durch irgendwelche Action... Ja. Wie wird Chi aufgebaut, äh, so, ich hab absolut von sowas, keine Ahnung, durch Meditation oder so? Ne, dass man die Möbel richtig stellt im Haus. Ach ne, das Feng Shui. Ja. So, mein Chi, mein Chi, du musst halt mit deinem Geist im Reinsein und musst halt meditieren zum Beispiel, sowas stelle ich mir vor. Ja, äh, ein Zen-Meister, ein Zen-Meister bestellt sich ein Sandwich und sagt eins mit allem. Nein, kenn ich nicht. Okay. So, ich wollte jetzt mal was, und zwar gehe ich davon aus, dass irgendwelche Actions wie irgendwelche Meditationen oder sowas, die jetzt Chi-Punkte machen. Und dass Chi vielleicht gesteckt werden kann und nicht verloren geht am Ende des Turns, irgendwie sowas. Ja, das glaube ich... Weißt du, du bekommst zwei Chi, du bekommst noch ein Chi und dann hast du es, und dann kannst du es benutzen. So, weil sonst... Aber, whatever, äh, ist nicht das Thema von heute. Wir sind ja keine Aluhut-Folge, genau. Das, ähm... Es wird definitiv ja Folgen zu dir im Set geben. Ja. Finde ich irgendwie krass. Heavy Hitters ist gerade noch voll da, finde ich. Voll frisch, ne? Durch die Pro-Tour auch irgendwie und durch die RTNs. Ähm... Aber ich meine, gut, ist jetzt auch noch zwei Monate hin, ne? Ja, das stimmt. Ja, April, Mai, ja, das stimmt. Ähm, okay. Gibt noch ein paar weitere Eckdaten, die nehmen wir auch direkt mit. Ja, hol mal raus. Passend zu diesem Set, äh, und der Erschließung des neuen Marktes in Japan, äh, hat sich LSS gedacht, machen wir die World Championship vom 31.10. bis zum 3.11. auch noch dort in Osaka. Ziemlich cool. Ziemlich stimmig. Mega geil. Ähm, ist ein sehr großer Markt in Japan. Da haben sie sich schon ihre Gedanken zu gemacht. Finde ich, geschäftstechnisch hervorragend. Fuchsig. Fuchsig gemacht. Ähm, auch mit dem Calling Tokyo, äh, dieses neue asiatisch angehauchte Set releasen, äh, Weltpremiere mit, äh, dort mit dem Set zu haben. Ist ja vor Release. Ähm, sehr cool, sehr schlau, sehr fuchsig. Zu Sinse halt, also finde ich jedenfalls. Absolut. Ähm, das vom Competitive, äh, Events her, ähm, Worlds. Ne? Ne? Mhm, genau. Japan werde ich wohl nicht hinfahren. Nicht? Achso, ich dachte, du würdest mal sagen, komm, gönne ich mir. Ne. Ähm, ne, ich auch nicht. Ähm, aber bald, was ich mir gönnen werde, ist nämlich die neuen Armory Decks. Willst du die wirklich wirklich kaufen? Ja, auf jeden Fall, finde ich cool. Also zumindest mal gucken, was da drin ist und, ähm, also zum Beispiel Kaio, weiß ich nicht, ob ich da überhaupt alle Karten für hab, generell. Und da würde ich mir auf jeden Fall mal schauen. Ja, da müssen wir mal reingucken, ne? Ja, genau. Also wir kommen zu den Produkt, äh, Roadmap, also einer Produkt Roadmap für dieses Jahr. Da wollte ich drauf hinaus. Genau, die Armory Decks, nach den, äh, CC Armory Decks, nach den, aus der Community, Flaschenblatt, ähm, als meistgefragtes Produkt. Mhm. Gefragt wurde, äh, die werden jetzt bedient, äh, Anfang Mai wird's ein Kaio CC Armory Deck geben, dann wird es irgendein Deck im Juli geben, irgendeins August, September in dem Bereich und eins im Oktober, November. Ja. Es werden vorkonstruierte, fertige, ready-to-play Armory CC Decks sein. Inhalt werden wir sehen. Ich erwarte aber auf jeden Fall was mit Majestics und so weiter, dass die wirklich... Ja, absolut. Also da bin ich ja mal gespannt. Dass die wenigstens playable sind. Ich hoffe, dass sie nur als, äh, Gimmicks irgendwelche Promokarten einbauen und nicht, äh, Steerblade, äh, wie heißt das nochmal, Singing Steerblade, äh, hier bei Battle of, äh, ja, Reiner vs. Dory, Legend, Pack, äh, sowas finde ich Käse, dass man, äh, Majestics, äh, die playable sind, nur in solche Decks packt einmal oder sowas halte ich für Quatsch. Ja. Äh, ich finde es angemessener, ähm, irgendwelche Promos da reinzupacken, äh, packen, irgendwelche Full-Arts, sowas halt. Ja, und ich werde auf jeden Fall, äh, das auf dem Armory testen. Das hatte ich auf jeden Fall, äh, schon vor. Äh, äh, ich wollte vorschlagen, was wir auf jeden Fall damit machen können, ist, äh, wenn die Decks nach und nach released wurden, dass wir dann eine Play-Serie rausmachen. Ja, finde ich auch gut. Können wir machen. Ja, ich bin ja im Schlüssel. Aber das müssen wir noch gucken. Äh, was ich auch interessant finde, jetzt, wo wir eh gerade bei Produkten waren, dass die Blitzdecks von, ähm, von, 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 von Part The Mist Vale Ähm, als, äh, Brick rauskommen, wie, äh, hier Round The Table. Das heißt, man holt sich so ein Set. Finde ich mega cool. Finde ich auch. Vielleicht ist es auch wieder so eine asiatisch angehauchte Playmat drin. Ja, aber da würde ich mich sehr, sehr freuen. Ich würde mir so ein Ding tatsächlich auch holen, weil ich... Ich auch. Ich habe auch Round The Table auch gekauft. Ich auch, ja. Würde mir so ein Set auch holen, ähm, weil ich das als Sammler irgendwie ganz cool finde und man kann es mal aus dem Schrank holen und mit einem Freund gebalancede Blitzdecks einfach mal geben. Genau, so wie, genau, das ist dann quasi so brettspielmäßig, ne? Also der andere muss halt vielleicht die Regeln ein bisschen kennen, aber sonst kann man dann richtig schön brettspielmäßig einmal da ein bisschen daddeln. Finde ich auch super. Also sehe ich ganz genau wie du. Finde ich eine super, super Sache und werde ich auch auf jeden Fall konsumieren. Ja. Dann hätten wir das. Genau, dann kommt noch ein absolutes Einsteigerprodukt scheinbar im August. Einsteigerprodukt First Strike Decks. Also erste Schlag Decks für Einsteiger extra. Keine Ahnung, was das sein wird. Ist ein reines Einsteigerprodukt wohl. Im August, wissen wir mehr. Genau. Das Einzige, was mich daran enttäuscht, äh, okay, wir haben ein neues Einsteigerprodukt, gut. Wir haben CC Armory Decks, die werden ihren Preispunkt haben, ganz sicher. Ja, das denke ich auch. Ich schätze mal so 50, 60 Euro bestimmt. Ja, irgendwie sowas. Äh. Könnten wir theoretisch wahrscheinlich schon sehen. Äh, hab ich jetzt nicht nachgeguckt. Äh, ja. Ja, ich guck mal parallel nach. Fürs Kaio Deck vielleicht, keine Ahnung. Ich guck mal parallel nach. Jedenfalls, was mich daran stört, ist, dass es eben das letzte Produkt oder das von oben nach unten in der Reihe so die letzte Spalte von diesem, äh, Produkt Roadmap war. Ja, und das heißt für mich kein PVE. Vielleicht haben wir da auch die ganze Zeit was verpennt. Ich hab auch schon mehrfach irgendwie mal gehört, äh, LSS hat ja gesagt, äh, 2024 noch kein PVE. Ich hab's aber nirgendwo gelesen oder tatsächlich von denen gesehen in einem Video oder so. Mhm. Äh. Äh, durch die Roadmaps wurde jetzt bestätigt, dass sie kein PVE dieses Jahr rausbringen. Ja. Ich hab jetzt auch schon länger nichts mehr darüber gehört. Keine Ahnung. Ich auch nicht, ich auch nicht. Ich weiß auch nicht, ob die Pläne noch aktuell sind. Ich hoffe, dass sie es bringen. Mhm. Äh, und ich hoffe, dass wir jetzt nichts verpeilen und da nicht, äh, falsche Aussagen treffen. Äh, ich hoffe, dass es nicht irgendein Announcement gab, ganz offen, äh, bringen wir gar nicht oder so. Das hätte ich auch nicht bekommen. Also nagelt uns nicht auf irgendeine Quelle fest, aber wir müssten die eigentlich mitbekommen haben. Normalerweise müsste ich sowas mitbekommen haben. Genau, zumindest der Benni, der ist ja am Puls, an der Ader von Fläscher. Ja, klar, ich glaub, der Shitstorm wär relativ groß gewesen. Ja. Richtig. Beziehungsweise, und wenn sie es jetzt so versickern lassen, äh, und da nichts, äh, kommt nächstes Jahr, äh, dann wird's, glaub ich, noch schlimmer, wenn sie einfach nicht, äh, darauf eingehen, dass sie es gar nicht bringen. Ja, da geh ich auch von auf. Ähm, jedenfalls, das ist mir das Erste, das war mit das Erste, was mir aufgefallen ist, als ich mir dieses Produktroadmap angeguckt hab, war ja ganz ehrlich, äh, mich hat interessiert, das nächste Set, Part of the Mistvale, dann irgendwann im Herbst kommt noch ein Set, ein draftbares Set, ist mir relativ egal, äh, kommt dann halt, ne, war ja bekannt, drei Draftsets pro Jahr erst mal. Klar. Ja, so, Armory-Decks, schön und gut, brauch ich grade erst mal nicht, ich hab alles, ne. Ja, aber wo Armory-Deck, ich hab jetzt nachgeguckt, also auf der Fab-TCG-Seite ist, stand heute, 25.3., noch kein Preis in der Anst. Na, okay, gut, kann ja sein. Manchmal muss man ein bisschen suchen, äh, vielleicht demnächst. Kai kommt übrigens am 3. Mai, ja. Äh, jedenfalls, äh, ja, hab ich einfach das PVE vermisst, so, und das war das Einzige, was mir dazu eingefallen ist. Das ist auch das Letzte, so, an Info hier, äh, neben der Pro-Tour eben über dieses Player-Meeting-Q&A. Mhm. Ähm, würd dann jetzt gerne viel lieber über die eigentliche Pro-Tour. Ja, dann machen wir das auf jeden Fall mal, da bin ich ja mal gespannt. Also, wir haben auf jeden Fall, äh, auf der Pro-Tour Tag 1 388 SpielerInnen, das ist schon krass, muss ich sagen. Ja. Also, das ist schon. Ist ja, und ist ja jetzt ja nicht, ist ja kein Calling oder so, ne. Sondern. Ja, ja, sondern Pro-Tour, ne. Also, es ist schon eine Hausnummer, find ich. Ja, muss ja qualifiziert für sein, etc. Genau. Also, war scheinbar ein dickes Event, aber mit Abstand am meisten Anmeldung hat der gute Kaijo, was ich auch, ähm, ja. War, glaub ich, zu erwarten, weil, also, dass Kaijo relativ viel ist, weil der ist, glaub ich, auch sehr beliebt, würd ich sagen, oder? Kaijo ist ziemlich beliebt, äh, wegen Konstanz auch. Ja, genau. Und auch, weil der... Konstante, konstante Decks sind immer sehr beliebt, sag ich mal. Ja, und dann halt auch, der sieht auch einfach cool aus, ist ein cooler Typ. Ja. Äh, man stellt sich halt auch vor, dass man diesen einarmigen Berserker spielen kann, find ich ganz geil. Ja, 52 Doromai und was für mich als zunächst eine Überraschung war, 29 Spieler in Dorincia. Äh, ja, find ich auch, äh, wobei man das ja so ein bisschen schon das Potenzial gesehen hat beim Battle Hunt. Da waren ja auch in, also Battle Hard in Kiel, war ja Top, äh, Cut, also im Top, jetzt laber ich da, im Top Cut zweimal Hatchet, äh, Dori. Na, einer, äh, Kevin Zenka unter anderem, bekannter von uns halt. Äh, ja, und da sieht man schon, okay, das Deck, äh, scheint was zu taugen. Und, ähm, da ist Potenzial und wie man es ja so häufig bei so professionellen Events hat, bei diesen Pro-Touren-Worlds und so weiter, gehen die nicht alle unbedingt hausieren mit ihrem Deck, was sie spielen wollen. Ja, und da sind garantiert hier ein paar bei, die sich auf diese Überraschung gesetzt haben, weil eigentlich war immer im Vorfeld Kasai mehr gespielt, deutlich mehr gespielt, ja. Äh, wir haben jetzt hier Kayo, Dromai, Dori, Victor, Azalea, Dash, Katsu, so. Und in der Regel war eher in der oberen Reihe noch so eine Kasai, vielleicht auch eher noch die Dash oder so ein Kano sogar. Ja, absolut. Und dann kam Azalea, Katsu, Levia, ne, so. Oder Dori dann erst. Irgendwo so, hier wäre sonst eigentlich immer so von den Plätzen Dori irgendwo in dritter Reihe. Also quasi, äh, so bei ab 15 oder was, ähm, Dori anwesend gewesen, so in den vergangenen Events, so sag ich mal. Ähm, jetzt haben wir hier 29 Stück, ne, sagtest du, glaube ich, gerade, äh, ein Überraschungs-Deck. Maximilian hat Hatchet, äh, Dori gespielt. Hatchet, Dori war mit, äh, mit dem anderen Halbfinalisten, äh, Viertelfinalisten zweimal Joshua Lau. Zwei Mal vertreten, ähm, Viktor, 28 Stück hier, überhaupt nicht im Top-Card vertreten. Und Azalea, 24, wir gehen die mal kurz durch, Azalea, 24, Dash, 22, Katsu, 22, Levia, 19, Kano, 18, finde ich schon relativ viel. Kasai, 17, finde ich wieder wenig. Bravo, 15. Viktor ist momentan einfach der beliebtere. Ähm, genau. Äh, gar nicht unbedingt der bessere, meiner Meinung nach. 14, Prison, relativ viel, finde ich. 14, Reiner, jo, ist, finde ich, eigentlich ein solider Pick. 10, Bolton, relativ speziell. 8, Fai, ja, habe ich auch nicht mit vielen gerechnet. 6, Viserai, jo, okay, überrascht mich. 4, Usuri, finde ich auch interessant nach dem Sieg. Auch ein Battle-Hunt war es ja, ne? Aber gut. Ja, ganz genau. Dash.io, ja, sehe ich halt auch nicht. Ich sehe halt, wenn normale Dash. Ja, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, so ein Usuri hätte ich, das war ja jetzt ein Exot. Also, die sehe ich jetzt nicht in der aktuellen Meter. Ja, ich weiß auch ganz ehrlich nicht. Arachni dreimal, Vincent einmal und Teklophossen einmal. War das deren Ernst so? Ja, Teklophossen ist das Deck, ey. Also. Ja, nein, aber war das deren Ernst so, dass sie wirklich gedacht haben, damit gewinnen sie die Pro-Tour? Weiß ich nicht. Ja, aber vielleicht ist das ein Underdog. Also, wenn man sich nicht auf Teklophon vorbereitet, keine Ahnung. Also, kann ich mir schon vorstellen. Underdog, ja, das hätte ich jetzt eher so was wie Prism erwartet. Dass die, die hervorragendes Gameplay sich da irgendwie so hochzieht und dodgen von Dromais oder so. Aber, oder so ein Viserai vielleicht noch. Aber alles, was da drunter ist, schwierig. Naja, ach, klar. Naja, aber gut. Also, nach wie vor relativ divers. Ein bisschen Plätze geswitcht, was so die Most-Play-Decks angeht. Ne, aber 76, 52, 29, 28, 24. So als die Top-Mengen, die Top-5-Mengen finde ich schon okay, von der Aufteilung her. Dann würde ich gern zu den, also, was wurde gespielt? Vier Runden CC am ersten Tag und drei Runden Draft. Das darf man auch nicht vernachlässigen. Bei diesen O2-Events, dieses Draft ist halt unheimlich wichtig. Genauso auch wie bei Worlds und so weiter. Du musstest halt das Spiel mit allen Facetten im Limited-Bereich als auch im Constructed-Bereich drauf haben. Sonst gewinnst du so ein Event nicht. O2 halt, ne? Steht ja quasi drin. Das richtig. Würde ich schon tatsächlich fast zu Conversion-Rates gehen wollen? Ja, mach dann ruhig. Also, für mich ist das so ein bisschen wie so eine Lore-Folge für dich. Ich sage einfach mal Ja und Abend zu ganz vielen Dingen. Und ich weiß, dass du das sehr gut machst. Und ich höre dir gespannt zu. Aber gefuchste HörerInnen dieses Podcast wissen, dass ich ja mit Mathe so gar nichts am Hut habe. Deswegen finde ich das echt super. Gut. Also, vielleicht sollte man nochmal hervorheben. Am Ende von Tag 1 waren drei Spieler undefeated. Und da haben wir einmal T-The-Bow aus den USA. Ich hoffe, das halb... T-The-Bow. Ich habe keine Ahnung. Ich spreche ihn garantiert falsch aus. Der wurde aber, meine ich, immer mit T-The-Bow angesprochen. Ja, T-The-Bow. Der hat 4-0 mit Kaio in CC gespielt. Und dann Draft mit 3-0 mit Kasai. So, dann haben wir unseren Maximilian Klein aus Deutschland. Dori, Hedges Dori, also mit den beiden Äxten. 4-0 in CC. Und Draft Kasai. Ja, nice. 3-0. Ja, cool. So, Elias, auch aus Deutschland. Vorhin schon mal gesagt. Am Ende des Tages Platz 34. Auch 4-0 mit Levia in CC. Und Draft 3-0 mit Kaio. Also, das waren die einzigen 3 Spieler von 388, die keinen Lose hatten. Muss man mir überlegen, ne? Schon krass. Also, die Leistung ist schon mega. Boah, absolut. Also, mega Respekt, ey. Dafür würde ich mich ein Jahr lang abfeiern alleine schon. Absolut, ey. Und vor allem in so einem hybriden Modus, ne? Also, CC und Draft halt. Ja. Das ist schon geil. Das ist richtig krass. Okay, Conversions. Also, kurz vielleicht nochmal. Wir haben ja gerade gesagt, Kaio 76. Das sind 20% des Spielerfeldes gewesen. Dromai waren es 13%. Das sind 13% des Spielerfeldes. Dori 7%. Und dann sind wir halt in diesem Bereich. Viktor 7%. Also, Leia 6, Dash 6, Katsu 6. So, uninteressant. Fieht immer weniger, ne? Conversion Rates. Also, wir haben ein Deck, ne, André? Ja, das ist 100%. Das ist das Deck, ja. Wollte ich gerade sagen. Das ist das Deck to go, sag ich mal. Also, kleiner Scherz hier an der Stelle, ne? Teclofossen hat halt, äh, einer sich angemeldet und hat halt eine Conversion von 100%, weil er hat auch Day 2 gemacht. Glückwunsch dazu ist aber natürlich nicht das Metadeck, ne? Die hohe Conversion-Rate kommt halt nur, weil er nur alleine gespielt hat, äh, als 1-1-1. Na, das ist doch Quatsch. Das ist auf jeden Fall das Meta-Mathematik-Deck. Ach, Mathematik. Guck mal, ich kann sogar nicht Mathematik aussprechen. Mhm. Ja. Er hat 4-3 gemacht, wenn ich das richtig sehe. Ja, nochmal. War gut. Äh, aber Conversions. Äh, gehen wir jetzt mal zu den aussagekräftigeren. Konstanz, hatte ich gesagt, Kaio, 54% Conversion-Rate für Day 2. Finde ich schon ziemlich gut bei so vielen Spielern. Äh, 76 Spieler sind 20% des Turniers. Über die Hälfte davon hat Tag 2 gemacht. Ist ein solider Pick. Deswegen haben sich viele darauf eingestellt. Wiederum viele Decks. Dori finde ich zum Beispiel nicht schlecht gegen ihn. Na, als Beispiel. So, äh, fangen wir mal top down, top down, ne? Ja, machen wir mal. Äh, Sir Bolton hat eine 90%ige Conversion. Ist auch ein spezielles Deck. Haben 10 Leute, aber auch nur gespielt. Äh, Best Record ist 6-1 an Tag 1. Ähm, Conversion 90% bei so wenigen Decks. Auch nicht unbedingt so auslagekräftig. Bis auf, dass es auch ein gutes Deck ist, ganz klar. Ähm. Die dritte, drittbeste Conversion ist schon Dori. Aber da sieht man's auch. Äh, da haben wir auch ein relativ häufig gespieltes Deck mit 29 Decks. Best Record gegen 7-0. Und 72% aller Dori-Spieler haben sich für Tag 2 qualifiziert. Und das ist schon sehr gut. Also, das hebe ich so hervor, weil hier ist es, fängt's an, mit einer Spielermenge anteilig zu werden, die mehr Gewicht hat. 29 Leute, ja, sind immer noch 7%, ne? Ist aber quasi die dritthöchste Prozentmenge im Feld. Ähm, also das dritt oder viert, beziehungsweise drittmeist gespielte Deck. Und hat halt die dritthöchste Conversion Rate. Und ist tatsächlich damit auch unter den Top-Decks, äh, das Deck mit der höchsten Conversion Rate. Also, was ich damit sagen möchte, ähm, als Beispiel die Decks, die ebenfalls, oder das Deck, was ebenfalls 7% hat. Äh, Viktor als Beispiel, 28 Spieler, hat eine Conversion von 54%, das sind immer fast 20% weniger. So, äh, Dromai, was 13% Anteil hat von allen Spielern, mit 52 Spielern, äh, hat nur eine Conversion von 48%, also unter 50%. Und eben Kayo, diese schon genannten 54% Conversion, bei 76 Spielern. So, das heißt, wir haben quasi das drittmeist gespielte Deck mit der dritthöchsten Conversion, äh, nach Teklofossen, der einmal da war, und Sir Bolton, der halt 10 Mal verfügbar da, äh, gespielt hat. Also, von daher. Ja, also kann man schon sagen, das ist nicht mathematisch. Das ist ein Indikator für die Stärke dieses Decks. Ja. Und für diese, für diese Meta, für diese Matches, ne? Äh, gegen Brutes, gegen Guardian, ähm, sag ich mal. Ja, absolut. Also, äh, jetzt nicht, dass ich Dori jetzt mal spielen würde, aber irgendwie, äh. Nö, spricht mich einfach nicht an. Ja, Tito. So, aber, äh, viert höchste Conversion Rate, und da kommen wir wieder zu einem Exoten-Deck, in Anführungsstrichen, Viserai. Schön, dass überhaupt sechs Viserais mitgespielt haben, sind nur 2% aus dem Spielerfeld. Äh, aber hier 67% Conversion, ähm, ist Platz 4 bei Conversion Rate, so. Und Platz 5 Conversion Rate ist Reiner. 14 Reiner haben mitgespielt, 57% haben Day 2 gemacht. Best Record hier 6-1, bei Viserai übrigens auch 6-1. So, und dann kommen wir eben zu den, äh, besagten sechs platzierten Conversion Rates. Das sind eben Viktor mit 54% und Kayo, so, und, ähm, danach kamen halt schon mit 48%, wobei, dann hast du noch Azalea mit 50%, das ist auch noch ganz gut. Ja. So, aber das sind so die, Azalea hat auch 24, deswegen kann man auch sagen, hat 24 Spieler gehabt. Äh, auch Ehen, geht so in die Richtung von Dori vom Spieleranteil, paar weniger halt schon, ne, Prozent weniger. Äh, aber immerhin haben es da die Hälfte der Leute geschafft. Immer noch deutlich besser als, äh, bei Droma jetzt als Beispiel. Ne, 52 Spieler und 48% nur. So, aber deswegen, da sieht man schon hier, Dori, finde ich so von, von den Prozenten, vom Punkten her, äh, schon ganz stark. Und Kayo halt auch, 54% eben bei so vielen Spielern, finde ich ganz gut. Ja. Und sieht man ja auch, ähm, Kayo ist ja auch bei den Undefeated-Playern eben auch mit dabei. Mhm. Also mit 4-0 im CC als Beispiel, ne. Ja. Äh, passt so, äh, passt da auch nochmal dazu. Kommen wir aber zum Kern. Das ist der, äh, Top-Cut. Jo, da bin ich jetzt mal gespannt, was du dazu sagen hast. So, und es hat dann schon an Diversität nachgelassen. Auch so ein bisschen, äh, wenn man so immer so in die Top-20 geguckt hat, ähm, das läuft dann immer wieder so beim Stream, ähm, da ist es dann schon ein bisschen dünner, aber es sind immer diese 4-5 Decks auf jeden Fall, ja, was relativ breit ist. So, wir haben jetzt im Top-Cut haben wir jetzt zum Beispiel, äh, 1 Kayo, 2 Kayo, 3 Kayo, 4 Kayo. Das ist schon die Hälfte. Passt auch zu der Spieleranzahl, die sich angemeldet hat, so ein bisschen, ne. Ein dicker Batzen. Kayos war halt dabei. Ist ein sehr konstantes Deck, passt also zur Conversion von 54%. Dass ein paar davon im Top-Cut landen war, denke ich allen klar. 4 ist schon viel. Ähm, so, dann haben wir einen Kayo. Ist, der Dark Horse gehört für mich bei einer Pro-Tour fast schon, äh, bei dieser Meta gehörte für mich ein Kayo, äh, in Top-Cut, ganz klar. Ja, absolut. Der zweite Hero, sind wir bei 5 Spielern bis jetzt. So, dann haben wir Doppel-Hadget Dori, für mich überraschend, vor ein paar Wochen nach BH Kiel, hm, kann halt sein, dass so einmal reinrutscht. Er, irgendwie hat sie Kayo so, äh, Kasai ein bisschen abgelöst, oder? Sehe ich das falsch? Ja, genau. So, das, was hier Kasai war vor dem Pasch? Finde ich auch. Ja. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Äh, findet man jetzt im Calling halt wieder Kasai und im, im, ähm, im Calling und im Bettel-Hadent. Aber das sind erstens offene Events ohne Invite und zweitens spielen da Leute, die aus der Pro-Tour ausgeschieden sind, auch noch wieder mit. Und, ähm, die meisten Doris haben ja eben Day 2 auch gemacht. Also, die, das heißt, viele Dori-Spieler von der Pro-Tour werden nicht beim Calling mitgemacht haben, weil, äh, von 29, 74 Prozent am Tag 2 noch Pro-Tour spielen konnten. Warum soll ich denn Calling spielen, ne? Ja, richtig, richtig. Deswegen, äh, deswegen ist das in diesen Side-Events, Calling ist ja sonst das Main-Event, äh, oder so in der Regel, wenn es nicht gerade Pro-Tour oder Worlds ist. Ja. Deswegen, ähm, da ist dann die Masse an Kasai viel höher wieder und dann rutschen sie auch wieder mehr in den Top-Cut rein. Mhm. Ähm, aber ich will Kasai jetzt nicht schlecht reden, um Gottes Willen, äh, Hedges Kasai hat ja auch, äh, hier, ähm, was jetzt? Battle-Hand, genau, äh, in Kiel, meine ich gewonnen, ne? Oder bin ich voll daneben? Ne, ich meine, das war's. Ne, ich meine schon, ja, richtig. Hat er jetzt gewonnen? Oder war's der, ja? Ich meine, Hedges Kasai hätte da gewonnen. Ja, gegen den, äh, Dromai-Spieler. Ja. Äh, muss ich nochmal in mich gehen, ich meine, das passt aber. Äh, whatever. Ähm. Ja, aber generell kann man ja auch sagen, dass, dass so ein Hedges Kasai auch, äh, dass so ein Hedges, äh, Hedges Dromai auch einer der wenigen Decks ist. Dromai? Ja, die auch, äh, 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 mein Gott, Doris ist einer der wenigen Decks, die ein gutes Matchup gegen eine Dromai hat, finde ich. Ja, gut. Ne, also durch die, durch die, durch die Äxte kannst du schon die Drachen klären und so, das ist schon cool. Und mit Cleave kann man Sachen machen auch. Ja, genau, ja. Cleave ist so eine Karte, die, äh, reingesightet wird auf jeden Fall. Und deswegen, also, finde ich, cool. Ähm, so, wir waren jetzt hier gerade bei den, bei der weniger diversen Top 8, äh, genau. Und dann haben wir nach den zwei Hedges, äh, Doris, nur noch eine Dromai. Was für die Menge an Dromai, also zweitmeistgespielte Deck, relativ wenig, in Anführungsstrichen, ist. Und weil sie ja eigentlich auch sehr stark ist. Ja, richtig. Und ich bin ehrlich gesagt auch ein bisschen froh, dass, also, tut mir leid. Ähm, ich hätte natürlich, äh, dem Maximilian den Sieg, äh, gönnt, insbesondere, weil es ein, ähm, deutsches Community-Mitglied ist. Äh, ich hab den auf der ersten deutschen Nationals, äh, schon gesehen, da war er auch schon im Top Card. Ähm, er war, glaube ich, auf allen deutschen Nationals anwesend, so wie ich auch. Ähm, nur, dass er da besser war. Oder, dass er gespielt hat, als ich, äh, äh, und er war auch, ähm, Schimäh mal als ruhiger und sympathischer Typ. So. Und, ähm, also ich hätte... Ja, ich hab ja auch gegen den mal gespielt und ich fand den super. War, also, das war letztes Jahr, als Bright Lights rausgekommen ist. Weil da war ich im Urlaub beim Film. Ja, ihr müsst euch auch die Streams angucken. Und zwischendurch hört man dann so ein bisschen die Leute reden. Und er hat auch, äh, an zwei, drei Stellen, ähm, auch im Top Card auch, äh, so Sprüche rausgehauen, wo er selber lachen musste und sein Gegner auch. Ja. Äh, ähm, wenn man da um bis zu 50.000 US-Dollar spielt, finde ich es eigentlich eine ziemlich menschliche Geste an der Stelle. Voll, toll, toll, sympathisch, finde ich. Ziemlich cool. Ähm, aber es war auch schon in den anderen Spielen, äh, die ich on Stream gesehen habe, nicht nur im Top Card, äh, auch schon so. Und, äh, schien ganz angenehm zu sein. Also, von außen, ich kenne ihn nicht wirklich persönlich, äh, ja, würde ich ihn als, äh, sympathischen Kerl, ähm, mal so abstempeln. Ähm, auf jeden Fall, der hat verloren gegen Arthur, äh, aus Frankreich auf Dromai. Äh, dafür bin ich aber Dromai irgendwann los jetzt. Das ist das einzig Positive. Äh, okay, also wir haben jetzt hier diese Top 8. Wir haben also 1, 2, 3, 4, äh, K.O., ähm, ein Kano, äh, zwei Dori und eine Dromai. Und, ähm, ja, angefangen hat das Ganze halt im Viertelfinale mit, äh, einem K.O., der aus Spanien von den, äh, Sunflower Samurais, äh, den Kano rausgeschossen hat. Na, normalerweise schießt der Kano immer, aber gut. Ähm, hat den halt rausgekickt, äh, durfte dann gegen Maximilian später spielen. Die beiden haben, meine ich, auch schon in den Swiss Rounds gegeneinander gespielt. Da würde ich, äh, müsste ich jetzt nochmal nachgucken. Ich hab das jetzt, wir haben jetzt heute Montag, machen wir die Aufnahme. Ich meine, die hatten in den Swiss Rounds schon gegeneinander gespielt. Ich weiß aber nicht, ob es im Draft war oder so. Auf jeden Fall hat da auch Maximilian gewonnen. Bin ich mir ziemlich sicher. Egal. Auf jeden Fall hatte ich da auch ein gutes Gefühl. Ähm, die haben schon mal irgendwie gegeneinander gespielt. Und Maximilian hat dann, äh, später auch gegen ihn gewonnen. Jetzt hab ich das auch schon, äh, gespoilt. Aber viel geiler fand ich das Viertelfinale Maximilian gegen Joshua Lau. Und das ist, äh, das Dory-Mirror. Und da gab's einen Moment, also wie, also der Moment, wie er das Spiel beendet. Ist einfach so total krass. Das solltet ihr euch wirklich auf dem Stream angucken. Ich werd mir auch nochmal die Momente genau raussuchen, wo er mit dem Pitch-Deck angefangen hat tatsächlich. Und zwar, äh, im Late-Game steht es 5 zu 8. Äh, Lebenspunkte-Vorteil für Joshua Lau plus ein bisschen Card-Advantage. Also er hat ein paar Karten mehr im Deck. So, jetzt zieht er auf und hat 3 Karten und eine Potion ohne Block. So, Maximilian geht in seinen Turn. Hat Arsenal, meine ich. Und legt los mit, äh, rotem Runner-Runner. Äh, hat ne, ne, Runner-Runner-Hatchet. 2-Go-Again. Dann, äh, pumpt er als nächstes mit Hit-and-Run. Ne, macht plus 3-Go-Again. Auf die nächste Hedge. Die kommt dann mit, boah, 9, glaub ich, ne, oder wie war das? Weißt du's gerade? Bist nur noch da? Oh, ich hatte mich stumm geschaltet. Hehe, ich mein, ich hab gesagt, zuerst 4, dann 9. Ja, auf jeden Fall. Also, ich hatte mich krass stumm geschaltet. Ich habe dir so gebannt gelauscht, ähm, deswegen... Im ewigen Monolog des Benjamins. Ne, ich find das wirklich spannend, was du da erzählst. Ja, da ist sie 4. Ach, der hat auch so schöne Hüllen, ne? Der hat die Balance-of-Justice-Hüllen. Ganz toll. Ziemlich cool. Das sind die Dinge, die sich, äh, also wir rutschen gerade mal so ins Video nochmal rein. Auf jeden Fall war's, äh, eine Kombination eben aus, äh, eben, äh, Blade Runner-Rot, Hit-and-Run-Rot, äh, eben beide Hedges. Das ist, äh, dann, äh, Second, ne, In-The-Swing, der dann nochmal die Waffe, äh, der nächsten Weapon-Attack plus 3 gibt. Und der Gegner ist halt Joshua Lau, geht auf 6 runter, hat noch die eine Karte, die nur noch die Potion ist. Mhm. Er hat vorher halt ausgeblockt, beziehungsweise einen Schaden genommen, äh, zwei Schaden genommen, ein. Äh, ja. Ja, geht halt auf 6 und Maximilian kann dann, äh, mit der Hedge, äh, attacken und noch plus 3 geben und der attackt dann genau für Liefel und killt ihn halt. Er hat keinen Block mehr, nichts mehr auf dem Feld und er hat sich das richtig mega gut halt vorbereitet. Und Joshua Lau schnallt's auch komplett und sitzt dann da auch wirklich und sagt so zu ihm, äh, du hast das, ähm, konstruiert, ne, du hast das designt, hat er zu ihm gesagt. Und schmunzelt und so weiß eigentlich in dem Moment alles klar, ich hab jetzt verloren, du hast das designt, sagt er noch so zu ihm. Und er sagt dann einfach nur so, ja, ne, und grinst sich auch eins, selbst Joshua Lau muss grinsen. Und, ähm, er ist einfach ein total geiler und lustiger Moment. Ja, und, äh, sieht man auch, äh, ein guter, mega krasser Spieler, ne? Ja, mega, du musst mir überlegen, äh, DM-Zim ist ein super grindiges, langes Spiel, dieses Hedge-Story-Mirror. Ja. So, und, ähm, er hat sich dann da echt was zusammengelegt. Wie sehr, oder wie genau, das wollte ich noch überprüfen, er auf den Potion-Pitch dabei achtet von Joshua Lau. Äh, das würde mich mal interessieren, ob er wirklich den Potion-Pitch sieht und dann anfängt, sofort die Red-Pitches reinzuhauen. Oder ob das, äh, etwas zufällige Kombination ist. Beide Decks liegen bei um 20 Karten. Ähm, weißt du, wie ich mein? Ja, kann ich verstehen. Oder ob er genau gesehen hat, alles klar, jetzt ist die blaue Karte in der Pitch-Zone. Und jetzt pitche ich einfach Brot rein. Jetzt lege ich meine roten Karten in den Pitch und schnappe ihn mir dann auf den falschen Fuß. Äh, das, dazu bin ich noch nicht gekommen, das wollte ich mir noch zurück angucken. Da muss man halt wirklich, äh, das ganze Spiel nochmal ganz in Ruhe gucken und auch immer auf den, auf den, auf den Timestep-Pochen-Pitch warten und gucken, was da passiert. Ähm, ähm, ja. Ja, sind halt so die Details, wo ich halt voll drin draufgehe. Ich finde es richtig geil. Das war das Viertelfinale. Ähm, und im Halbfinale hat er halt, äh, dann gegen den spanischen Kollegen auf Caio gewonnen. Hat er sehr gut gespielt und, ja, für mich verhältnismäßig klar, um das mal so zu sagen, als Außenstehender gewonnen. Und dann halt eben im Finale gegen Arthur am Ende des Tages verloren. Aber auch, die Szene möchte ich auch kurz mal sagen, also guckt es euch im Stream an. Ähm, beide sind auf eins. Und, ähm, Arthur hat, äh, Burn Them All gerade gelegt. Äh, ist gerade ein Counter drauf und hat ein Chromai im Spiel. So, und jetzt ist Maximilian dran und beide sind auf eins. So, Maximilian muss ihn jetzt killen, sonst ist er tot. Ähm, und er spielt quasi, äh, fängt dann an mit Spillblood, macht ja, meine ich, Dominate, ne? Ist es Spillblood? Ich meine schon. Ja, Spillblood macht auf jeden Fall Dominate. Ja, dann ist es das, äh, plus drei und Dominate, ne? Ja, für die Äxte, ja, genau. Ja, genau. So, er spielt halt das Spillblood und, ähm, gibt seine Axt Dominate, attackt halt für vier Dominate. So, und, ähm, der Gegner blockt halt drei und spielt dann das Zink, weil er ja sonst stirbt. Und da denkt man schon so, alles klar, er kann froh sein, dass er das Zink hat, um diesen Attack zu überstehen. Aber, äh, Maximilian gibt dann auch noch Go Again, um halt nochmal für vier Dominate zu attacken. So, und das Zink, was vorher gespielt wurde, hat dem Gegner tatsächlich, dem Arthur, äh, ein, ähm, Zittel geholt, ein rotes. Ja, das heißt, das heißt wirklich, also, er überlebt den ersten Dominate-4-Attack mit seinem Zink, also blockt für drei, Zinkt, äh, um halt die vier zu preventen. Zinkt eine Karte und, äh, bekommt ein rotes Sigil von oben, was eben plus drei Lebenspunkte macht. Dann kommt die nächste Waffen-Attack von Maximilian für vier Dominate. Wie gesagt, er hat auch nur einen Lebenspunkt, würde theoretisch mit einem Dreierblock auf minus zwei gehen, äh, auf minus eins gehen, äh, weil die Attack für fünf ist, stimmt. Weil die, äh, Achse ja gebufft ist, nochmal plus eins. So, und dann spielt er einfach im Instant, äh, plus drei Leben, geht dann halt auf zwei und überlebt den Attack, ist dann dran und guckt auch nicht in seine Handkarte oder so, sagt einfach Attack mit Chromai, Träger, burn them all, einer kann Schaden, GG. Das war's. Ja, schade. Das war eigentlich krass. Da, 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 da würde ich auch, würde ich auch nochmal gerne hingucken, ob er wusste, dass die Karte kommt. Äh, also auf Pitch oder ob es ein Zufallstreffer war mit dem Sigil. Äh, natürlich kann man vorher, äh, Karten im Friedhof Bandisch durchgucken. Er weiß halt, ich hab noch eins oder zwei Sigils, wie viele Karten hab ich im Deck. Da kann man von Wahrscheinlichkeiten darüber gehen. Äh, oder ob's, ähm, ob er wusste, jetzt, äh, dann, dann, ähm, müsste eigentlich das Sigil kommen nach den Karten. Ich hab jetzt hier einen Sink, äh, ich hol mir jetzt das Sigil, zack, zack. Also auch Pitch-Stacking, ne. Äh, weiß man nicht, dafür muss man sich solche langen Spiele vielleicht auch nochmal ein zweites Mal angucken. Ja. Ja, da geht's auf jeden Fall. Ja, und, äh, gut. Dromai hat jetzt ordentlich Punkte. Wer weiß, äh, also es reicht nicht für Living Legend. Nee, richtig. Ähm, wir haben jetzt ja auch PQ-Season demnächst. Und ich glaube theoretisch, äh, wenn genügend Dromais in der ersten PQ-Season, äh, es wird ja wöchentlich jetzt geguckt, dass Dromai vielleicht nach der ersten, zweiten Woche theoretisch raus sein kann, was die PQ-Season angehen kann. Bin ich ganz froh drum, äh, weil ich spiele... Das kümmern wir auch auf Dromai. Ja, es ist ein schlechtes Match-Up für Prism. Ich spiele primär gegen Ende der PQ-Season will ich ein bis zwei. Also ich hab, ich plane am 4. und 5. Mai PQ zu spielen. Und eine irgendwie am, boah, haben wir nicht. Und danach haben wir drei. Also davor, ja. Ja, irgendwie in, in Holland oder so. Mhm. Äh, selbst Gelsenkirchen, wir haben halt zwei Geburtstage im April und so. weiter und so fort. Äh, ja, kenn ich. Wir haben im April und im Mai. Ja, und da kann ich halt nicht, äh, muss, äh, einmal Sohnemann und einmal ich haben halt Geburtstag, dann wieder am Wochenende gefeiert und dann kann ich halt nicht auf die PQs an diesen Wochenenden fahren. Ähm, deswegen in diesem Bereich im April fahre ich nur zu einem nach Holland an irgendeinem Samstag oder so, glaube ich. Okay. Und dann im Mai halt noch zwei. Und vielleicht hab ich Glück und dann ist Dromai schon weg. Ja, das wäre natürlich auf jeden Fall wünschenswert für dich, ne? Mhm. So, ich hab, wollte noch einen kleinen Schlenker, äh, mit dir kurz zum Calling machen, aber nur wirklich ganz kurz jetzt. Ja, dann machen wir das. Ähm, wo wir ja auch schon mehr oder weniger drauf eingegangen sind. Ähm, es gibt so auch hier, die Eckdaten natürlich viel, viel mehr Spieler, ne? 550 Spieler. Ja, das ist krass. Äh, beim Calling dort. Aber auch wieder mit Abstand am meisten Kajo, ne? Also Kajo hat fast so viele SpielerInnen wie Dromai und Viktor zusammen. Ja, Kajo ist einfach ganz ruhig. Ist auch cool, ja. Reiner war immer ein bisschen schwieriger und schwierig, vielleicht ist Brood ein gern gesehener Hero. Also, die Klasse Brood, Reiner und Levia, finden die Leute cool. Die sind, Levia, sehr schwer zu spielen. Ja. Oder haben nicht die Power im Moment in der Meta, Reiner. Ähm, und dann kommt Kajo daher mit relativ super Konstanz, in Anführungsstrichen. Super Konstanz und ist Brood, ist also auch cool. Ja. Ist genauso cool wie Levia und Reiner. Hat nur einen Arm, ist noch cooler sogar ein bisschen. Ist verhältnismäßig einfach zu spielen, behaupte ich mal einfach. Und dabei konstant, hat ein hohes Powerlevel. Kann viel, äh, punishen. Mhm. Ähm, klar, wird der gerne angenommen, ne? Total, ja. Also, ich hab auch schon mit dem Geliebäugelt, so ist es nicht, ne? Ja. Dromai ist auch insbesondere nach, äh, der Tome, äh, verhältnismäßig einfach im Gegensatz zu früher auf jeden Fall. So kann man es durchaus sagen. Äh, die Drachenlady einfach auch ein allgemein beliebter Hero. Klar. Viktor, alle stehen auf dem Bling-Bling-Boy, wie du. Ja. Aber, ja, der ist halt leider noch nicht so erfolgreich, ne? Genau, gehen wir mal kurz die Meldezahlen durch. Also, 83, Kario, 57, Dromai, 38, Viktor, 35, Kasai. Hier ist er dann wieder an Platz 4. Levia, 35, Katsu, 35, Azalea, 31, Kano, 31, alles so, wie wir es so ein bisschen kannten. Vielleicht hätte ich jetzt eine Dash schon bei den 30ern erwartet. Dann 29 Dori, auch relativ hoch im Verhältnis zu älteren Spielen, aber bei diesen 29 Doris sind vermutlich knapp 9 eben aus der Pro-Tour, darf man auch nicht vergessen, 9 bis 10, weil die eben ausgeschieden sind am Tag 1. Ja. Die anderen sind ja weitergekommen. Ne, dementsprechend ist da, wäre der Anteil sonst ein bisschen knapper so. Dann haben wir Bravo mit 20, dann Dash erst, Prism wieder mit 15. Ähm, ach, Prism hat gar nicht convertet. Echt jetzt? Das fällt mir gerade erst auf. Das ist bitter. Ich gucke gerade nochmal eben schnell in die Liste. Hättest du Prism gespielt, hätte sie convertet. Doch. 50% sogar. 50% haben convertet. Ja. Weil die Anzahl, ah ne, es waren auch 14, ich dachte gerade, ich war kurz irritiert. Es sah mir so aus, so von wegen 15 Prism im Calling, man hatte dann noch 15 Prism, waren aber 14 bei der Pro-Tour im Kopf gerade und dachte mir so, was sind die etwa alle rausgeflogen und einfach ins Calling gegangen und kein anderer kam sonst noch mit Prism. Nein, es haben einfach, haben wir ja 15 Prism-Spieler, der Anteil wird wachsen, sobald Romal weg ist. Extrem, denke ich. Ja, auf jeden Fall, so als Ersatz, obwohl, wir haben ja die neue Illusionist-Dame. Das wird auch geil und interessant, muss ich auch ehrlich sagen. 14 Usuris, 13 Arachnys, 13 Fight, weil es halt im Moment nicht so, Katsu ist halt jetzt cooler, 35 Katsus, hatte ich ja gesagt, wieder 13 Rhiners, 13 Boltons, 7 Vincent, bleibt mir bloß weg mit ihr, 5 Riptide, also wegen Prism, 4 Dash IO, 4 Vizzerai, 3 Tecloforce und 3 Max, finde ich cool und 2 Olympia, auch sehr interessant. Ähm, das war das Feld, ne, und hier genau das, Kassai hier wieder deutlich mehr vertreten. Conversion-Rates. Aber an Tag 2 nicht mehr, ne? An Tag 2 nicht mehr, genau. Ich glaube, die Rates, die lassen wir mal eben weg, die Prozente zumindest. Wir verlinken euch diesen großen Artikel über die Pro Tour, würde ich sagen, und dann ist gut, ne, André? Ja, auf jeden Fall. Verlinken wir den von der LSS-Seite. Ich meine, den könntet ihr eigentlich auch ganz einfach finden. Auf jeden Fall, Day 2 haben wir noch 9 Dromais, also das ist jetzt die meistvertretende, das meistvertretende Deck, dann 8 Doris, da sieht man wieder die Power von Dori hier, doch. Nur noch 8 Kajo, also das ging ganz schön flott. Rapido. Ja, 8 Katsu, 7 Viktor, 5 Dash, 2 Media, 3 Prism, 3 Kano, 3 Kasai nur noch. Also, da gucken wir gleich, 2 Arachnis, 2 Dash IO, 2 Usuris, 2 Reiner, 2 Mags, nur eine Azalea, nur ein Bravo von 20. Passt, ne, eine Azalea fand ich auch wenig, ja. Ein Viserai, ein Bolton, ein Pfeil, das passt irgendwie. Jetzt gucken wir nochmal kurz hier in die Procentages, ja, Dash IO, 50% waren ja auch nur 4 Stück, so, aber Kasai würde mich jetzt nochmal echt interessieren. Ja, 11% tatsächlich nur, ne, 11% und 35, ne. So, was war das andere, wo so hart abgekattet wurde? Kaio. Azalea Bravo auch, ne. Auch. Ja, Kaio auch. Kaio, das waren ja über 80, hat 10% Conversion hier. Von 84 sind 8 weiter. Schon, schon, das ist schon krass. Hm. Ähm, vielleicht denken manche Leute auch, das wäre einfach die Eier liegende Wollmilchsau und easy peasy, let's go. Blood Rush Bellow for the win. Ja, aber es gibt halt viele Nuancen und halt auch Sideboard-Pläne, die man zu bedenken hat, ne. Ja. Weiß ich jetzt nicht, warum die Conversion hier so 10% finde ich halt schon ziemlich schwach, muss ich tatsächlich sagen. Äh, Prisms, 15% gestartet, 20%, macht 3 Prisms für Day 2. Hm. Naja, aber ich wollte Azalea und da Azalea oben. Bei 1, 3, Class 31 sind gestartet, einer hat Converted. Auf Tag 2. Ja, ist tatsächlich ziemlich gering. Bravo auch, 20, einer hat's gemacht, ey. Krass. Naja, gut. Könnt ihr euch alles in Ruhe angucken? Pro Tour. Würde ich sagen, machen wir nochmal Top Cut. Calling, Top Cut, meine ich. Ja, ja. Ja, ja, den Top Cut müssen wir auf jeden Fall noch. So, da haben wir, gucken wir, achten wir erstmal auf die Diversität des Top Cuts. Wir haben einmal Kasai. Da haben wir schon ein bisschen was drin. Zweimal Kasai. Das ist schon mal erste Hero. Keio, zweimal auch, zweite Hero. Victor auch zweimal, dritte Hero. Und dann vierte und fünfte Hero mit Keino und Katsu. Ähm, haben ein Hero mehr und die anderen wenigstens halt immer zweimal. Ist ein bisschen aufgelockerter. Ja. Diesmal keine Dori dabei, aber wir hatten ja auch deutlich mehr Kasais auch hier im Feld. Obwohl so viele nicht convertet haben. Das muss man auch nochmal dazu sagen, ne? Ja, das ist richtig, ja. So, und dann hat sich hier durchgesetzt am Ende Margin Bay, super bekannter amerikanischer Kano-Spieler. Ähm, ganz entspannt ins Finale gezaubert hat er sich, sag ich mal. Ähm, am Ende des Tages hat aber eine Kasai hier Matthew Diggs gewonnen aus Kanada. Wie gesagt, könnt ihr euch in Ruhe angucken auf der Internetseite von LSS. Ähm, da ist ein riesen Artikel. Ähm, da sieht man dann auch Battle Hunt, gab's ja auch noch. Da sind dann auch wieder so altbekannte Gesichter drin wie Brody Spurlock und Michael, äh, Fang. Genau, Michael Fang heißt er. Der hat, glaube ich, auch gewonnen am Ende des Tages in einem Finale gegen Brody Spurlock. Ist halt ein Battle Hunt. Ist dann nicht mehr Calling oder Pro Tour. Muss man, äh, darf man auch nicht vergessen. Klar, genau. Ähm, wie da jetzt genau die Anteile von Heroes und so weiter sind, weiß ich jetzt nicht. Da steht ja, glaube ich, auch nichts dringend in dem Artikel. Äh, nee, ich glaube auch nicht. Ich wollte es jetzt auch nicht zu, äh, langziehen. Also, ich kann, ich muss sagen, mir haben die Streams extrem gut gefallen. Äh, die Top Cuts. Ähm, wenn euch, äh, mal was zu langweilig ist, da könnt ihr euch auch so ein bisschen durchklicken. So ist es ja nicht, ne? Äh, ich hab mir die meisten Sachen aber sehr lange angeguckt. Worauf ich auch noch hinweisen wollte, das haben André und ich vorhin auch gesehen und gesagt, erst mal haben sie es geil auch gemacht in den Streams. Bei den Drafts kannst du quasi am Top Table einem Drafter über die Schulter gucken. Ja, das ist mir ja cool. So, und für Leute, die den Stream nicht gesehen haben oder denen das zu schnell geht oder die es lieber schriftlich haben wollen, kannst du zum Beispiel auch in diesem Artikel von Matthew Rogers den ersten Draft sehen, mit jedem Pick, also, den er gemacht hat, aber auch Pack 1, Pick 1 bis alles durchnummeriert, komplett, dass du wirklich das komplette Deck, was er sich gedraftet hat, nachvollziehen kannst und welche Karte er zu welchem Zeitpunkt gepickt hat. Oder man guckt es sich ja im Stream an, ähm, und Stream war's. Würde ich auf Stream gucken, weil Lesen ist für Nerds. Ja, okay, ja. Guckst du Video, Leute, ja? Guck dir Video, dann ist alles gut. Genau. Also, das finde ich, diese Aufmachung von diesen Events wird immer besser. Auch hier Conversion, also die Informationen, die alle preisgegeben werden, jetzt sofort, dass die Conversion Rates direkt mit First bis Sext markiert werden, dass du gar nicht lange suchen musst, was sind die besten Conversion Rates und so weiter, äh, super gut gemacht. Das ging auch schon mal schlechter, ne? Alles von LSS auf deren Seite. Mhm. Wird immer besser und, äh, es gibt auch mit Sicherheit Spiele, wo das nicht in der Art und Weise, äh, präsentiert und aufbereitet wird. Ja. Ähm, ich hab jetzt direkt, äh, von dem Event, ähm, noch mit keinem persönlich schnacken können, wie es denn so vor Ort war oder so, äh, wer weiß, vielleicht finden wir da mal eine Gelegenheit, vielleicht sogar jemand einzuladen, müssen wir gucken, will ich nichts versprechen. Ja, aber wir gucken, also falls wir auf jeden Fall Leute, äh, sprechen, halten wir euch natürlich auf dem Laufenden, auch wenn wir die Personen dann vielleicht nicht einladen, ne? Ähm, ja, Beni, hast du noch was zu sagen? Ähm, ja, so ein bisschen was. Also, okay, alles klar. Äh, wo wir hier bei so größeren Events gerade sind, also zum, ähm, es war jetzt im Frühjahr bei uns ein bisschen ruhiger, äh, RTN hab ich ja nur eine einzige mitgespielt und verkackt auch noch, ähm, PQ mach ich jetzt drei mit, ist auch nicht so die Masse, oder drei sind geplant, ne? Also, kann ja immer was passieren, Leute. Ich bin auch gerade wieder fünfte Woche krank, nur mal so am Rande. Also, das kann man doch wirklich bei uns im Podcast nachhören, wann der Beni immer krank war, ne? Also, ich war heute auch beim Arzt und hab denen auch gesagt, das ist auch ehrlich gesagt nicht mehr normal. Ah, ja. Egal. Ähm, darum geht's jetzt nicht, sondern, ähm, ich plane, äh, Warschau, Calling Warschau hinzufliegen. Krass. Ähm, bin ich schon in der Abstimmung mit unserem Best Friend Forever Kevin. Mhm. Ähm, zumindest hat er gesagt, machen wir, alles gut. Bei ihm bin ich mir ziemlich sicher, dass das dann passt. Und, auf jeden Fall, Amsterdam fahr ich. Definitiv. Ja, cool. Und idealerweise natürlich mit einem Prototicket, aber dafür müsste ich wohl ein PTI gewinnen. Äh, aber ansonsten, äh, wenn wir oder ich, ähm, auf jeden Fall, hast du eigentlich die Daten von Amsterdam schon? Hast du dir die mal angeguckt, ob du da vielleicht auch könntest? Äh, ja, ich weiß aber auf jeden Fall, dass ich da nicht konnte. Ich guck aber nochmal. Ich hatte dir das nämlich schon mal vor die Nase gehalten, meine ich, ne? Ja, genau. Das war Prototour, ne, er war Amsterdam auf jeden Fall. Amsterdam-Fab, ich guck nochmal. Äh, das... Ja, äh, war sie auf jeden Fall nicht aus dem Kopf, äh, aber ich weiß, dass ich da nicht konnte. Ja, okay. Gut, brauchen wir, also Fakt ist, ich hab vor, ähm, zwei Callings auf jeden Fall diesen Sommer noch mitzuspielen. Ähm, bin qualifiziert für, äh, Nationals, äh, werde ich auch mitspielen. Haben wir ein National, zwei Callings auf jeden Fall noch auf der Agenda stehen, äh, drei PQs. Ja, der Benni ist für euch competitive, auf jeden Fall hart am Start. Ja, geht. Auf jeden Fall mehr als jetzt im Frühjahr, äh, und wahrscheinlich dann halt auch auf Prism. Schauen wir uns die neue Lösungen mal an. Ja, find ich cool. Oder wie so die Meta-Shift sein werden. Ja. Ansonsten, ich werd auch nochmal den einen oder anderen nochmal anschreiben, tatsächlich, äh, den ich jetzt ein paar Mal nicht gesehen hab auf Events und so weiter. Also, äh, gerade hier die Truppe aus, ähm, Antwerpen, Calling Antwerpen mit der Katastrophenbude, die werd ich nochmal anträgern, ob sie in der Warschau oder Amsterdam wollen. Ja. Oder wieder eine lustige Truppe zusammenkriegen auf jeden Fall für so einen Roadtrip, ist ja auch immer wichtig. Ja, das ist wichtig. Ansonsten läuft im Moment einfach, eigentlich, find ich, bei Flash and Blood. Also, mir gefällt's. Das Set Heavy Hitters, das letzte, find ich, für mich ein Bombenerfolg. Absolut. Ich hoffe mal, dass, äh, das Partner Mistweil daran anknüpfen kann. Mhm. Competitive Play, was man so sieht, auch super. Also, auch, ganz ehrlich, wenn ihr den Stream guckt, zwischendurch, äh, nach den Spielen, die Leute, wie die miteinander umgehen, total entspannt, total nett, die lächeln. Gratulieren sich und so weiter. Es ist eine ganz angenehme Stimmung, so kommt es zumindest rüber. Und das an den Top-Tables, ne, wo es richtig um Asche geht, Leute, ne. Also, find ich super angenehm, das zu sehen, nur, äh, da, äh, freu ich mich immer wieder drüber zu sehen, dass, dass es nicht so salzig ist. Super cool. Äh, ach so, Proto-Amsterdam, by the way, äh, 24. bis 28. Juli. Ja. Ja, das ist, äh, ja, das ist auf jeden Fall ein bisschen was hin. Das sind die Daten. Da habe ich noch mal geschaut. Gut, nö, aber sonst, so habe ich es. Würdest du denn da pennen oder was, oder würdest du dann, würdest du dann da auf ein Hotel nehmen? Nee, ich fahre jeden Tag aus Amsterdam nach Hause, gar kein Problem. Was ich ja nicht? Nachdem ich 10 Stunden Flaschenblatt gespielt habe, oder 8 oder 9. Wer weiß, ob ihr nicht droppst? 0,3-Drop, fahr nach Hause. Nein, natürlich mit, äh, Airbnb, äh, Hotel, Wohnung, irgendwie sowas, klar. Mit Über, äh, Übernachtung, auf jeden Fall. Und lecker Pommes, habe ich Bock drauf. So, klingt gut. Ja, Fleisch esse ich ja nicht mehr, aber... Dito. Sonst wäre es auch eine Frikantel-Spezial gewesen früher. Ja, kannst ja, sind ja keiner. Ja, aber die Holländer haben ja auch Absurdes, finde ich, äh, wir waren auch mal, äh, ein paar Mal hier mit, ähm, ENTCG, ähm, sind relativ viele, äh, Jungs, äh, in diesem Team mit asiatischem, äh, Hintergrund, äh, aber die sind super nett, super angenehm. Ich kam irgendwie über Kevin und so weiter in Kontakt mit denen und die erleben halt, sind Holländer halt, ne, und... Und, äh, auf jeden Fall haben wir mit denen häufiger schon abends irgendwie abgechillt, irgendwo ein Bierchen getrunken und so. Und dann haben wir auch immer so, äh, haben die immer wieder so Scherze gemacht, so über so holländische, äh, Entgleisung, was so, ähm, irgendwie hier so, so, so Hackballen, ne, oder so eine Fleischkrokette oder so ein Fleischbällchen. Über alle, äh, wo dann so frittiertes Kügelchen ist, mit so einer grauen, wabbligen Masse innen drin, einfach nur. Also, so, so ganz pürierte Fleischabfälle einfach. Ja, klingt stark. Ich fand's, fand's, also, kulinarisch ist das ja top. Ja. Äh, fand ich damals schon, ist mir gerade irgendwie so eingefallen, keine Ahnung, wir schweifen gerade ab. Ähm, ne. Ist doch egal. Auf jeden Fall, auf jeden Fall nochmal Gratulation an, äh, alle. Ja. Professional Teilnehmer, äh, für, äh, ihre guten Spiele möchte ich mich bedanken, äh, dass, äh, man sich die angucken kann. Auch bei LSS für den geilen Stream. Ja, die gute Coverage, mega gut. Ähm, und, äh, wir hoffen, dass das Ganze euch einigermaßen unterhalten hat, dass es sich gelohnt hat, nochmal diesen einen oder anderen Tag eben zu warten, dass wir hier eine Aufnahme über die Pro Tour machen können. Also, mit den Endergebnissen, mit den Eindrücken aus den Spielen, wie gesagt, für mich die geilsten Sachen maximieren im Top Cut einfach, äh, gegen Joshua Lau, das Mirror und eben, äh, gegen Dromai und dann der letzte Turn. Mega, Nervenkitzel, mega geil. Ja, klasse, auf jeden Fall. Meine Empfehlung für euch, für, für die nächsten Tage da reinzugucken. Eine andere Empfehlung noch, äh, und zwar haben wir am 4.4. und da werden wir, äh, ne, am erst mal schon mal direkt am 31.3., so. Da werden wir nämlich die, äh, euch ein YouTube-Video hochladen. Und zwar, ähm, wenn wir am 31.3., ich rede doch richtig, oder? Ja, ne, genau. Ähm, da werden wir zwar... Werde wir... Da werden wir, da werden wir zwar keinen Podcast haben, aber werden für diejenigen, die Bock haben, ein YouTube-Video hochladen. Und zwar werden wir beide gegeneinander ein kleines Blitzspielchen spielen. Ja, stimmt. Das sollten wir vielleicht auch noch mal sagen. Ich hab's zwar bei Insta und, ähm, Twitter gepostet. Ja. Äh, wir machen Osterferien. Also, das heißt, wir haben eben, wie der André gerade schön sagte, am 31. Sonntag keine Folge und am 7.4. haben wir auch keine Folge. Wir starten also... Dafür Reihe. Am, genau. Wir starten am 14. mit einer Podcast-Folge wieder. Dafür hat, äh, wie der André gerade angeteased hat, haben wir eine kleine, äh, pre-constructed... Darf man das sagen? Jetzt hab ich's gesagt. Haben wir eine kleine Gameplay... Ja, klar. Kannst spoilern, wie du möchtest. Eine kleine Gameplay-Reihe, äh, auf YouTube vorbereitet. Äh, drei Spiele, drei kleine Videos. Ja. Könnt ihr euch gerne anschauen, äh, für die Überbrückung und den Osterferien. Hatten wir auch mal angeteased. Also, sind die Precons aus Heavy Hitters. Genau. Haben wir kurz nach der Release-Folge mal gesagt, dass wir das machen wollen. Hat ein bisschen auf sich warten lassen. Haben wir jetzt fertig. Sind wir zufrieden mit, mit den Decks auch, mit den Spielen auch. Könnt ihr gerne reinschauen. Gut, dass es nochmal sacht ist. Und, äh, auch mit den Ferien. Hab ich nämlich schon wieder vergessen, weil ich schon wieder einfach, äh, von der Pro 2 geträumt hab. Ähm, ja. Und den geilen Games dort. Jo, hast du sonst noch was, was ich vergessen hab? Äh, nö. Benni, ich wollte dir nochmal Danke sagen, dass du das alles so geil gecovert hast. Weil, ähm, also alleine hätte ich das niemals so gut überblicken können wie du. Deswegen, du hast das sehr geil und transparent für die ZuhörerInnen dargestellt. Danke dir auch nochmal. Ja, wofür haben Daddys die Nächte, ne? So. Äh, wenn die Kinder schlafen, kann man halt Stream gucken. Ja. Und das Gute ist, ist ja alles aufgenommen. Ja. Und dann kann man sich dann, äh, zwischendurch dann auch immer mal, äh, noch ein Spiel angucken. Ja, das ist gut. Sonst, äh, ohne die Aufnahmen wäre es auch für mich nicht möglich gewesen. Also, wenn das nicht, äh, sag ich mal, äh, wenn es nur live wäre, könnte ich es mir halt auch nicht komplett angucken, tatsächlich. Ja, kein Problem, gerne, hab ich ja Spaß dran. Äh, ich hoffe, ihr natürlich auch, genauso wie an unserem Podcast. So, und jetzt verabscheuen wir uns. Wir verabscheuen uns. Wünschen euch schöne Osterferien, eine schöne Woche. Haut rein, bis dann. Bleibt uns treu. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Vielen Dank.